Es ist mein Wimpen. Ich nehme die Mascara, in dem Fall ist sie, und von ganz unten aber nur ein Viertel. Ich trage sie auf, nicht nach oben, nur über alle, aber vom Anfang, wo die Wimpen wachsen. Hier ganz normal, und hier so wie ich gesagt habe, nach oben. Und schwarze. Und schwarze. Jetzt nehme ich andere Mascara, in dem Fall Kobo Professional. Und wieder am Ende, aber ein bisschen höher, schon bis Hälfte. Von oben ganz, aber hier bis Hälfte. Hier so wie immer. Andere Auge, aus, aus und unten, aber bis zur Hälfte. Oh, naja. Passiert. Und ich nehme dritte Mascara, in dem Fall auch Kobo. Ich habe mir das gekauft, in Polen. So eine. Und jetzt von bis nach oben. Jetzt ganz. Jetzt ganz. In solcher Art und Weise vermeiden wir die Spinnenbeine, so nennt man das. Meine Wimpen sind in keinen guten Zustand, aber die kommen zu sich selbst. So. Das machen wir nochmal. Warum nicht? Ich probiere mal das. Ich hatte so, das ist von Eberlein. Jawoll. Eberlein. Kosmetik Mascara. Die hat so eine. Und da kann man schon von unten nach oben die einfach schöner machen. die Auge und alles ausückeln. Selber hier. Und wenn jemand hat Lust und hat und mag das. Man kann auch jetzt die falsche Wimpen oder die Teilchen von Wimpen hier aufkleben. Da sieht es ja so am Ende der Auge. Das Auge ist so bisschen dunkler. Und das ist ja schöner einfach als ganz normale Binden. 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 Binden.